Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Hier stelle ich euch von Nike den neuen Free Run Plus 3 vor. Was natürlich sofort ins Auge fällt, ist sein auffälliges Design. Das Besondere am Free ist die flexible Sohle mit den tiefen Flexkerben. Die machen jede Bewegung mit und geben dir somit den bestmöglichen Freiraum bei deinem täglichen Training. Zudem fördert die erhöhte Bewegungsfreiheit die gesamte Fuß- und Beinmuskulatur und dadurch erhältst du einen zusätzlichen Trainingsreiz. Die integrierte Fühleit-Zwischen- und Außensohle sorgt für ein extrem leichtes und dennoch weiches Laufgefühl und bietet auch ausreichend Dämpfung. Die überarbeiteten Verstärkungen hier im Schnürsystem verlaufen im Schuh über den gesamten Mittelfußbereich und geben dir somit genau den Halt, den du brauchst. Das unterschiedlich perforierte Obermaterial sorgt zusammen mit dem sockenähnlichen Innenschuh für eine bequeme und leichte Passform. So steht deinem Laufgenuss nichts mehr im Weg. Außerdem ist der Free Run Nike Plus kompatibel. Wenn du das Gefühl des Barfußlaufens in einem Trainingsschuh spüren willst, dann probiere den Nike Free Run Plus 3. Du bekommst ihn in deiner Runners Point Filiale oder kannst ihn gleich online bestellen unter www.runnerspoint.com.